Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX Analyse für nun Freitag, den 7.1.2022 und DAX Prodels ein bisschen weiter. Wir haben uns zum Donnerstag nicht wirklich erholt bekommen, also da war nichts von wegen Hartgrün nach oben von 1. bis letzte Minute, das sah schon doch deutlich wackeliger aus, auch wenn der Anfang eigentlich gut reinkam, also dieses, wir haben ja gestern darüber geredet, dieses klassische, am Mittwoch kommt er runter, dann macht er Donnerstag vom Tief weg nur noch grüne Kerzen nach oben, drückt sich dann wieder über die 1.20, Rennster 2.30 und so weiter und genau an der 1.20 hat er sich hier ganz schön einen abgekämpft halt, also jetzt hat er wirklich mehrfach versucht durchzukommen, immer wieder ein kleines Stückchen weiter, hat das aber nicht schalten können einfach, man sieht es auch auf der Ebene, auf der Zeiteinheit eigentlich noch fast ein bisschen deutlicher, insbesondere wie er sich hier am mittleren Band abgedreht hat und jetzt wieder runtergedreht ist. So, und wenn ich jetzt das hier sehe, dann ist das ein fallendes Dreieck, was wir jetzt hier auf der Ebene haben, sodass wir hier klar sagen müssten, wäre jetzt erstmal noch Risiko nach unten einzuplanen zum Freitag und zwar können wir das auch kurz machen und zwar sagen, unter 15.990 ist das Risiko da, dass wir den Gap Plus bei 8.50 kriegen. Ja, die 9.75 ist nochmal ein kleiner Widerstand, das kann früh ein bisschen rumstänkern. Auch die 9.40, 9.20, das sind interessante Player, aber Ziel wäre jetzt tatsächlich, ich sag mal, von dem Dreieck raus ist das ja ganz kleine Korrekturwelle, das ist ein kleiner Antrieb und dann müsste der Antrieb sich jetzt an dem vorherigen jetzt hier orientieren, das heißt, wir müssen nochmal etwa von dem Ausmaß, wie das hier war, nach unten kriegen und das würde eigentlich ganz gut mit der 8.50 zusammenpassen. Deswegen würde ich sagen, unterhalb von 9.90 darf man auf Short-Seite mutig sein, versuchen in kleinen Etappen immer wieder Rückschläge einplanen, Rücksätze einplanen. Der kann von 9.75 kann schon der Erste losgehen. Ja, 9.40, 9.20, das sind alles potente Marken, die da ein bisschen Gegenwind reinbringen können. Ziel wäre aber tatsächlich dann der Bereich um 8.50, der kann jetzt auch gut reagieren nach oben. Sollte er nach unten nachgeben, wäre dann 7.80 bis 7.50 die nächste Auffang zu erneuern. Also würde ich quasi sagen, dass wir fast den hier mitnehmen können. Kriege ich das hier kopiert. Wartet mal kurz. Eigentlich, Steuerungstaste gedrückt halten. Aber das macht er gerade nicht. Irgendwas habe ich noch angehakt, dass er mir das nicht macht. Dann nehmen wir einfach den, setzen den hier rein und damit bildet das ganz gut ab. Und alles, was ansonsten hier rüber geht, rüber, über, wieder, ich sag mal, 16.150, das wäre tatsächlich dann eher ein Long-Signal Richtung 2.30. Die wird nochmal ganz interessant, auch um da ein bisschen nach unten zu reagieren und alles, was drüber geht. Das geht durch die 300, das geht dann auch in die 3.65 gerade durch. Also, dass wir hier eigentlich noch einen zweiten Fall mit ansetzen können. Der, oder einen zweiten Pfad, so in dem Motto, dass wir sagen, okay, alles, was jetzt hier drüber geht, das geht wahrscheinlich dann eben auch direkt durch, bis 94 und noch drüber hinaus. Also, im Tagesschart sollte man das ein bisschen deutlicher sehen. Und genau, ja, das ist eigentlich, können wir kurz fassen, so viel ist jetzt nicht passiert. Also, wir haben gestern gesagt, die 1.20, das wird die wichtige Marke. Wir haben gesagt, wichtig ist, wie der Start kommt. Na, knallt der Tag fette grüne Kerzen über 1.20 oben raus, dann sollten 2.30 und auch 3.65 erreichbar sein. Zum Nonnerstag haben wir aber so nicht bekommen. Wir haben einen guten Run bekommen, also es sah auf jeden Fall bullig aus. Wer da jetzt vielleicht oberhalb von 1.20 in Long gesucht hat, fände ich auch persönlich gar nicht verkehrt. Wir haben auch mit Elisa einen kurzen gestartet, dort mit 30 Punkten Stop-Loss, haben den aber dann auch erstmal ausstoppen lassen, weil der Markt halt, beziehungsweise der Stop-Loss war grundsätzlich so, das heißt, der Trade wäre auch so ausgestopft worden. Das war jetzt nicht reaktiv auf das, was passiert ist, aber der Markt war dann einfach nicht stark genug, um dort weiter zu treiben. Dann hat sich hier wieder ein bisschen zurückfallen lassen, ist wieder ein bisschen zurückgerutscht und hat sich dann eben jetzt hier am Tief so immer tiefere Hochs reingedrückt. Und das ist halt ein fallendes Dreieck auf der Ebene, sodass ich hier fast davon ausgehen würde, unter 99 kriegt man nochmal eine Rutsche runter. Kann sogar per Gap vielleicht ein bisschen eingeläutet werden. Mal gucken. Geht er jetzt höher? Würde das ein bisschen Fahrt aus dem Muster rausnehmen und dann insbesondere oberhalb von 15,150 eigentlich das Potenzial auf der Oberseite aktivieren. Ja, mehr brauchen wir hier nicht besprechen. Gucken kurz und kurz in den Tagesschart. Sehen aber auch hier sehr langen Schatten. Also der nimmt eigentlich der vorherigen Kerze schon ein bisschen das Brot von der Butter oder die Butter vom Brot. Macht wahrscheinlich mehr Sensorum. Also könnte man kurz zur Seite schieben hier, damit man die Kerzenpracht zieht. Ach nee, halt mal. Der Kerzenkopf ist ja unten. Ne, dann nimmt das der vorherigen Kerze nicht die Butter vom Brot und bestätigt das eher die vorherige Kerze. Ja, und das... Ja, also... Jetzt nicht... Da sieht man schon ein bisschen deutlichere Vorsicht. Bisschen Unsicherheit, die einfach im Markt auch drin ist. Wir haben zwei Tage, die relativ nah an ihrer Tageseröffnung geschlossen haben. Zwei Tage, die aber die Tagesgewinne absolut mitten schalten konnten. Ähm, das öffnet natürlich schon auch noch Platz für Kursrückgaben. Das mittlere Band auf Tagesebene schiebt sich jetzt hier in die 780 rein. Hat man gestern auch drüber gesprochen, dass das wahrscheinlich so Richtung 897 dann, ähm, im Kontakt werden könnte. Passt damit auch gut auf die Zone, die wir hier um zwei Stundenchart haben, äh, im Bereich um 780. Und von daher würde ich schon sagen, Risiko ist momentan auf der Unterseite. Das würde man nicht ignorieren. Jetzt gut überlegen, was man mit offenen Long-Positionen macht, bevor es zu spät ist, ja. Und im Zweifel dann halt auch leicht auflösen, wieder reinnehmen, wenn wieder stärker reinkommt. Das kriegt man ja mit, ne. Wenn wieder schön grün, durchgängig nach oben durchgetrieben wird, da wieder Substanz drin ist. Wenn es sich beruhigt, wenn er gar nicht mehr nach unten anschlägt auf, auf kleine Rücksetzer, ähm, dann kann man auf jeden Fall wieder Long-Positionen aufbauen. Hier würde ich jetzt momentan, ja, jetzt bisschen zurückhalten. Also wenn er Stärke zeigt, ne, klar. Ja, aber alles, was da jetzt unter 16.000 geht, bin ich ganz so scharf für Long. Ja, von daher, machen wir euch hier zu. Machen wir uns ein bisschen kürzer als sonst die Tage. Wünsche ich euch sogar sehr viel kürzer. Aber haben auch die letzten Tage ja immer mal ein paar längere Videos mit dabei gehabt, wo es eben um sowas auch ging. Stop-Loss und so weiter. Das behält natürlich Gültigkeit immer. Jeden Tag ist immer wichtig. Aber kommen wir uns hier klemmen, denke ich, heute. Und von daher mache ich jetzt hier aus. Wünsche euch viel Erfolg morgen und also zum Freitag. Und wir hören uns dann am Sonntag für das Video zum Montag wieder. Und die Leute, die bei uns im Verteiler drin sind, die haben ja am Sonntag noch mal Webinar, wo wir uns dann auch noch mal ein paar Aktien angucken. Haben wir jetzt lange nicht gehabt durch Weihnachten und Silvester. Sind beide Termine nicht in Frage gekommen. Und dann gucken wir mal wieder auf die Rohstoffe, die Kryptowährung. Da hat sich jetzt auch einiges ein bisschen getan halt. Ja, gut. Also, in dem Sinne, schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.